Ich bin hier bei gar nichts. Ich muss übergucken, kann ich mich nicht, weil sonst sind wir aus der Zone raus. Bleib in meiner Nähe! Ja, das ist nicht mehr gut. Gut, jetzt! Ja, das ist nicht mehr gut. Das ist nicht mehr gut. Ich bin hier drin, bitte. Gut, jetzt! Was ist drin hier, bitte? Ich könnte so gar keine Friseur gehen. Bleib in meiner Nähe! ich glaube wir haben wir jetzt schon zu tun da kommt es! Vorsicht! Oh, diese Pfeil, ja? Gut, jetzt! Nein! Das, du Föller! Da kommt es! Vorsicht! Aha! Ah! Okay, jetzt müssen wir die andere Töne jetzt mal wieder einholen. Nicht für die Chance! Das trenne ich doch niemals aus dieser Entfernung. Oh, die wird auch ein wenig schneller. Jetzt muss ich mal rum. Ah! Hierher! Das war schlicht. Lenk! Jetzt! Nein! Komm zu mir! Gut! Gut! Pink! Das ist die Gelegenheit! Bin ja schon dabei, ja? Pink! Gut gemacht, Link! Das haben wir gerade so geschafft. Ich bin ja schon dabei, ja, nicht mehr so. Das war's. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft Nabuches zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Link, ich zähle auf dich. Dann wollen wir doch mal. Wenn wir den Titan auch noch haben, fehlt uns nämlich nur noch einer. Dann wollen wir doch mal. Oh, sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Nabores Ganons Kontrolle entreißen, oder? Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikzes verhält. So ist der Plan. Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Dann wollen wir doch mal. Hat ja schon gut funktioniert. So, hier kann man nicht viel machen. So, hier kann man nicht viel machen. So. Der geht jetzt erstmal hier weg. Jetzt versuchen wir hier, ich habe keine Ahnung. Da ist ein Kistier. Da ist ein Kistier. Und hier müssen wir nachher kämpfen, oder was? Na meinetwegen. So. So, der wäre erredigt. Dann gehen wir doch mal nach links. Nehmen wir doch das hier. Nehmen wir doch das hier. Das müssen wir erst zerstören, sonst kommen wir hier nicht weiter. Oh. Das war eine Kiste. Bombenpfeile, die kann man nicht mehr gebrauchen. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Okay. Dann sind wir schon mal hier drinnen. Jetzt müssten wir ja eigentlich da rüber kommen, oder? So, das weiß ich noch nicht. So, das weiß ich noch nicht. Da rüber komme ich auch noch nicht. So, der ist weg. So, der ist weg. Aber jetzt wo lang? Ist der hier überhaupt? Dann kommt's. Dann muss ich irgendwie rein kommen, oder? Ich weiß bloß noch nicht, wie hier. Wir können hier gar nichts machen gerade. Das will ich alles gar nicht. Ähm, ja. Ich konnte doch irgendwo die Fähigkeiten auswählen. Hm. War das hier irgendwo? Genau. X gedrückt, okay. So, haben wir ja eigentlich schon alles. Was gibt's hier noch Schönes? Keine Ahnung. Wir müssen eins tiefer. Das hab ich vorhin übrigens besucht. Mit dem Hochspringen. Oder mit dem Windzug unter uns. Okay, das sind Siegel. Du hast die Karte dieses Titanen erhalten. Gut gemacht. Sieh sie dir einmal an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Warnabores regeln. Um Nabores zurückzuerobern, ist es notwendig, alle von diesen Kontrollsiegeln zu lösen. Das wird sicher nicht einfach, aber wenn einer es schaffen kann, dann du. Natürlich. Das kriegen wir schon hin. Ah, so funktioniert das also. Wir können hier die einzelnen Teile drehen. Das ist hier schon mal gar nicht so schlecht. Ah, das war wieder falsch. Jetzt mal auf dem Kopf stehen, ist ein bisschen blöd, ne? Das muss eigentlich so stehen bleiben. Was ist das jetzt so? So müsste richtig sein, oder? So, brauchen wir überhaupt noch einen Bogen? Wir könnten hier einen wegwerfen. Ach komm, ist eigentlich egal. So, jetzt müssen wir den um zwei drehen. Das ist das Ganze nämlich hier drüben. Das läuft ja wie geplagt, so. Okay, da werden wir nicht mehr hochkommen. Okay, da werden wir nicht mehr hochkommen. Bom contemporary. Okay. Oh, das ist doch. Oh. 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 Oh.